Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal von IceCalvin Eigentlich wollte ich heute wieder die GHG Reihe weitermachen aber das Problem war leider das Plugin wurde irgendwie gelöscht oder so und es funktioniert nicht mehr Leute, jetzt spielen wir Stumbleguys einfach mal so ein, zwei Runden Soll ich sagen? Äh, wählen wir einen Skin aus? Würde ich sagen den hier Dann, let's go Leute, let's go So Leute, da bin ich wieder Ähm, ich würde sagen, wir Ja Wir hauen, wir flexen jetzt alle weg, man Wir haben die alle nicht toll, man, weil das eine Map ist, die ich liebe, man Ich liebe diese Map, man Ja, ich finde die einfach anders, man Ja, das war jetzt ein bisschen... Oh, mangel oft, Leute, man Aber, ja, gut, man Oh, man kann sich nicht ändern, man Und das ist das einzige, was ich an der Map passen, man Schau, Leute, das finde ich scheiße, man Ja, Leute Ich versuch wirklich mal, dass ich so wenig wie möglich man sagt, Leute Leute, Leute Ich versuch's wirklich So, wir haben's geschafft, Leute Was machen die hier? Der steht einmal mehr rum Drum Genau Ja Ja Ähm, das lädt wieder ewig, man Oh, 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 gut Oh, nein Ich hab diese Map Bin ehrlich, noch nie gespielt Nein, ein oder zwei Mal Ein oder zwei Mal Ein oder zwei Mal Ein oder zwei Mal Maximal zwei Mal Ich glaub sogar nur einmal Vielleicht so... Nein, die hab ich noch nie gespielt Glaub ich, man Oh, ihr seid solche Die sind so dumm, man Wir hier, Zeitaufkommen, Leute, man Wie denn? Wie denn, bitte Oh, lass noch runterlaufen, man Nein, seid ihr dumm, man Ich lass das zu Entschuldig angehen Bitte Scheiße, man Scheiße, man Scheiße, man Nein, man Oh, ich lass doch den jetzt nicht, den Win, Leute, man Ja, jetzt hab ich Tschüss, Leute, man Tschüss, Leute, man Tschüss, man Das Video wird auch Allerdings ein kürzes Also wir machen jetzt Vielleicht noch zwei Runden Ich, ähm, nehm, ein bisschen später auf, man Leute, man Sagen wir's mal So Den Skin hätte ich fast gekickt Der war eins vor dem Leute, Leute Also, ich hätte ihn fast gekickt Aber die Skins werde ich eh, ähm, wenn ich im Halbjahr des Zeugnis gute Noten haben, werde ich den in einem halben Jahr eh nicht mehr haben, Leute, man Oder in fünf Minuten, circa, Leute Ja, genau Oh, mein Lieblings-Map, man Weil Es ist Zufallsprinzip Es ist nicht Bist du gut oder scheiße, man Es ist Zufallsprinzip, Leute, man Da rennt einfach runter Tschüss, man Tschüss, tschüss, Kinder raus und dich, man Oh, oh nein, man Oh, ja Okay, man Es war der eine Fehler und dass ich vorausgesprungen bin, Leute, man Das war Das war der einzigste Fehler, man Sonst hätte ich Leute Sonst hätte ich's Geschafft noch, man Ja, sonst hätte ich's noch geschafft Das sind Leute, Leute Vielleicht war das genau einfach scheiße, Leute Nehmen wir mal den hier Oh, komm Oh, komm, Leute Nehmen wir die Stumble Witch Bitch Die Stumble Witch Ja Nehmen wir die einfach, Leute Bis gleich Oh, Leute Das sind wir wieder, man Wieder, Leute Leute Und es ist Oh, oh, eine Oder Es ist mein Lieblings-Map, Leute Leute, mein Lieblings-Map Von Hier, hier, das sehe ich In Es ist die einzigste Schwachsch Avenue, Leute, aber da male ich auch immer auf hektik und deswegen kann ich das nie wenn man darf nicht hektisch sein leute leute das war ein großer fehler das war auch ein großer fehler scheiße man ich sage noch dass mein lieblings map leute ich sag's nächstes mal nichts okay man aber so kann man den stammelgas level leute bitte leute bitte bitte es geht wenigstens in den gutes kinder mit der jahr gar keine leistung mit dem start märz in der runde an und das muss ein epischer werden leute leuten ich habe schon sieben leute das muss er werden dass wir da bis gleich aber oder das immer wieder das immer wieder das würde wenn man jetzt zu zweit werden oder ich sag mal so und ich habe auf dem handy in den zweiter kaufmann da hat meinen freunden bis ins hacken gelernt und als man da hat er mir eine app empfohlen man die habe ich mir downloaden habe ich alle skins und alle sachen und alle emotes man auch besondere auch box im und aber man ich bin so nett und spiel auf pc und da habe ich das nicht aber wenn ich aufs handy zocken würde und könnte ich mit dem mit dem umarmung simon könnte man da drüben wo ich jetzt kann hinschauen wenn man einen klitsch machen oder kein klick halt man kann da hoch springen und der andere zieht einen hoch und das geht leute leute aber das finde ich sehr geil man aber aber auch sehr und wenn man unter immer wenn ich mit meinem umgeben dem kipp zock dann kann man das machen weil der hat die mutter wir verkackten schon wieder und ich muss noch eine runde geben wo wir wenigstens einmal weiter kommen bleiben ich bin gar nicht warm gespielt man ich habe ein pc gerade angemacht man aber das nächste ding die 50 juwelen holen und dann haben wir 80 juwelen und dann ja gebe ich nicht aus und weil man immer nicht sparen ich möchte bei so einem turnier mal mitmachen bei einem bei einem bei einem turnier zahlst du 70 juwelen und kannst bis zu zwei oder drei hunderttausend gewinnen leute wenn du erster wirst man sehr schwierig aber aus glück kann man gewinnen und wenn es ist dann zog ich halt mit meinem handy account nein so so viel so und wer bin ich nicht das mache ich nicht man das mache ich nicht leute so leute das ist mein lieblings nein alle maps sind eigentlich mein lieblingswerfen weil ich in dem geld weil ich in dem game kommt mit scheiße bin man und dann dem neuen die dritten sich mal oben compassstieg alles und vermts das flop die geht das ist eine geile map und das ist eine geile map und die map ist geil slay ihr seht es vielleicht oben links man ich habe 30 also es geht es geht ich habe auf meinem handy es hat nichts mit pink zu tun aber ich habe auf dem handy egal was ich zocken egal was ich zocken immer 60 fps und leute man immer 60 immer auch bei call of duty leute leute ja auch bei call of duty geil man auch keine lieblings mit einem meiner lieblings maps man also ja er ist meine alle maps mein lieblings außerdem am an der anderen ist scheiße der ist sehr scheiße ja das werde ich nicht schaffen aber selbst zweifeln und haben noch nie gibt weitergeführten selbst 25 zum tod sagte einst albert einstein aber ich glaube nicht ja 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 das würden sehr kurzes reden zwölf sie hat sogar zwölf minuten ja geht eigentlich ein minuten kürzer ansonsten ja zu sehr schön was ist jetzt wer will genau ein stern oder leute genau eine oder ich bin genau darauf ja genau darauf scheiße mann und auf dem handy finde ich schön und das man einfach mehr hat sich werbung in der einen zinkern und kann zum pc nicht mehr da ist wenig scheiße aber gut aber gut gut okay okay m n n n ne 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 bei kronen aber wenn man heute hier findet man dem selbst glaube ich ich glaube ja so im 2 300 wenn wir die jetzt hier finden ich fressen besen und soviel hat er nicht findet man nicht mit er unter vielen schon erst gar nicht glaubt oder doch kann sein aber ich glaube nicht ja gut ich würde sagen ein kurzes video aber es war ein video damit haut rein und bis zum nächsten mal